jo leute ein herzliches willkommen zurück auf meinem kanal zu einer nubigen runde zwischendurch auf der playstation mit pubg am pc kann ich nicht deswegen versuche jetzt mein glück auf der playstation ich habe das spiel schon eine weile ich bin jetzt novice 5 oder sowas aufgestiegen und ja ich schaue einfach mal was ich kann und dann nicht wundern hoch nicht wundern wenn ich nichts kann ich will einfach mal ein bisschen einfach nur ein bisschen versuchen ein bisschen spaß haben und das ist eigentlich die hauptsache hier an deswegen nicht urteilen wenig einfach schlecht bin ich spiele lieber ring of illusion am pc es ist mir ein bisschen einfacher finde ich ein bisschen einfacher und außerdem ist es nicht so stark bestimmt an guten spielern und ich habe besuch noch sehe ich ihn nicht ich glaube da hinten war gerade ja da oben war gerade da hinten ja da oben war 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 ja da oben ja da oben war ja da oben war ja da oben war ja da oben war ja da oben ja da oben war 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 ja da oben ja da oben war 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 ja da oben Wo ist er hin? Wo ist er weg? 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 Gott sei Dank nicht. Ich nehme mal die hier mit. Die hat nur Stoß. Wie langweilig. Wieso hat die nur Stoß? Das ist ja unglaublich. Gibt es ja nicht. Der hängt sich ja irgendwo in einem Haus drin und wartet bis ich rüberkomme. 100%ig irgendwo. Moment, Freund, ich bin gerüstet. Oh, ich bin gerüstet. Oh, schien, schien, schien. Oh, ich bin gerüstet. 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 Da muss er ja hin sein, da kann er nicht weg sein einfach. So, dann kann er nicht weg sein. So, dann kann er nicht weg sein. Okay, hier war er auf jeden Fall drin. So, dann kann er nicht weg sein. Perfekt. Zweier Rucksack. Oh. Okay. 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 Das wird mich langsam auf den Weg machen. Okay. 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 So, kann ich die... Ah, die Waffe kann ich nicht aufnehmen. Okay. 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 Ah, 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 ah. Das ist eigentlich beschissen, was ich hier tue, ne? Weil ich mag das selbst nicht, wenn das jemand macht. Oder ich ein Noob bin. Das ist alles nur zu meiner eigenen Sicherheit. Mitgenommen, mitgenommen, mit... ...spült seine Granate. Danke und Tschüss. So, auf geht's. Aber weit haben wir es nicht. So, alles klar. Erster Kill. Wird mir oben schnell mal... ...Ingergy Drink reinpfeifen. Oder auch zwei. Oder auch zwei. Ja, weit habe ich es nicht mehr. Aber ich habe auch kaum Healing. Ich habe also nur noch 22 Bandagen. Mehr habe ich nicht. Weil bei Bandina gab es einfach gar nichts. Deswegen muss ich jetzt irgendwie schauen, dass ich an Healing Stuff komme. Vor allem, dass ich in die Zone komme. Mach du Scheiße. ... ... ... Vielen Dank. So, sind wir gleich in der nächsten Zone, dann müssen wir gleich schon weiter. Ist irgendwas ein Auto oder sowas? Nix, ne? Scheiß. Verdammt, eine Minute haben wir noch. Ich glaube, das wird nichts werden. Das wird nichts. Da oben ist das das Zone, oh Gott. Ich bin mal über den Berg drüber. Keine Auto in Sicht, war ekelhaft. Ich dachte, mit Glück liegt hier irgendwo mal ein bisschen was rum. Ah, jetzt habe ich die Zone wieder nicht berechnet. Das ist so, äh, zum Kotzen, ey. Ist doch nirgendwo ein Auto. Wenn man ein Auto braucht, ist einfach nichts da. Wenn man keins braucht, steht eigentlich, steht alle 10 Meter am Motorrad rum. Okay, chemisch, ne? Oh, die Zone ist nicht ganz so schnell. Die Zone, die kann ich einholen. Die hole ich ein, die Zone. Vielleicht wird's ja was. Aber ich bin ein guter Dinger. Ich hoffe einfach das Beste. Okay, die Zone steht hier gleich. Da steht ein Motorrad. Oh, gefährlich jetzt hier. Gefährlich. Ja. Ja? 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 Ja. Schnell noch ein bisschen Feeling rein. Glück gehabt, dass ich nicht umgekommen bin jetzt. So. Boah, jetzt ist er aber noch weiter. Unglaublich. Wir haben noch 2,5 Minuten circa, um uns hier ein bisschen umzusehen. Mit Glück. Mit Glück finden wir noch ein bisschen Healing auf dem 3er Rucksack. Sehr gut. Schmerzmittel.